Hallo, ich bin der Michi vom Vino Zentrale und hier meine Weinentwicklung zur Fastenzeit. Vielleicht folgende Geschichte. Bei uns ist es auch, dass wir zur Fastenzeit uns nur eine Flasche Wein am Wochenende gönnen. Wochenende ist von Freitag bis Samstag, nee bis Sonntag. Natürlich schwierig, welchen Wein nehme ich mir mit. Vielleicht schattet er auf den Tag, irgendetwas Besonderes oder vielleicht einfach was Großes. Also ich habe gedacht, es gibt einen Magnum und zwar ein Beaujolais aus der Rebsorte Garmé. Alles weitere findet ihr im Netz, sollte man leicht gekühlt trinken. Und ich hoffe mit der Magnum kommt ihr eingeschränkt über das Wochenende. Viel Spaß damit und schöne Fastenzeit der Michi. Ciao.